hallo freunde hallo youtube ja das letzte video ist leider nicht vertont weil mir die turnspur da flöten gegangen ist dafür aber dieses mal wieder ja wir haben letzt mal haben wir hier schon mal auf der ebene alles abgegrast das habt ihr ja gesehen und dann geht es jetzt hier weiter so da geht es nicht weiter mal gucken was hier noch ist bei allem was heilig ist seht ihr den feind da drüben ich verstehe nicht wie das böse am helllichten tage bestehen kann 10,2 haben wir sonst noch etwas interessantes gekriegt ne dann nehmen wir doch oder 4-5 kälteschaden plus doch nehmen wir dafür aber ja da ist breitswert ja noch etwas neues nichts dickes auch nicht ne rüstung zwar mit 34 aber keine weiteren zusatzeffekte auch nicht ok ah da war noch vielleicht steht die sonne auf keiner seite aber das licht ist der feind des bösen im übertragenen und wörtlichen sinne sowie auf geht's ebene 2 plus 25 erfahrungen sehr schön meine familie das habe ich jetzt aber nicht mit absicht weggedrückt wer war denn das gerade? ach bitte befreit meine familie von ihrem verfluchten dasein ich kann hören wie sie sich im graben jungsbund macht euch das einfach euch meinem zack zu stellen unsere aufbringliche tochter sollte uns besser in ruhe lassen ihr sehrdet ihr das bettchen zahle ach du scheiße oh nein oh nein oh nein oh nein oh ja wir haben die jetzt schon befreit Ah, das ist das ja auch. Das ist ein großer Mann. Da fällt mir ein, wir haben ja noch neue Fertigkeiten bekommen. Mit Dreieck können wir jetzt was machen. Sperr der Urarm. Kreis ist noch nischt. Entschuldigung. R2 nichts. Was ist das? Kritischen Trepperscham. Aber mit Dreieck kann man jetzt was anstellen. So, hier kommen wir raus. Wir sind von da sind wir gekommen. Dann haben wir es hier schon erledigt. Dann haben wir die verfallene Kryptar auch erledigt. So, dann sind wir wieder auf den Feldern des Elends und machen uns jetzt auf den Weg, um hier in der Story weiter zu kommen. Ich bin ja mal gespannt, wir sollen ein Schwert finden, ob wir das vielleicht sogar bekommen und ob das vielleicht so ein richtig gutes Ding ist. Okay. Höhle der Kasra. Wohin geht's? Ich kann mal sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und machen dann beim nächsten Mal hier in der Höhle weiter. Wie immer danke euch fürs Zusehen und hoffentlich bis demnächst.